Hm. Ja. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit ihr trifft? Es... Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Okay. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Omen es wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst.